Schokoladenformen in Perfektion. Für Schokoartikel jeglicher Art. In herausragender Qualität. Sofort 100% einsatzfähig, prozesssicher, zuverlässig, langlebig. Komplett hergestellt bei Brunner. Von der Idee bis zur fertigen Form. Seit 1935. Wie erreichen und garantieren wir das? Welche Prozesse stehen dahinter? Die Aufgabe beginnt mit dem ersten Entwurf. Und von Beginn an sind auch unsere Projektleiter, die persönlichen Ansprechpartner für unsere Kunden, mit dabei. Die künstlerische Kreativität verbindet sich mit modernster Technologie. So wird der Artikel gestaltet. Detailgenau, kunstvoll, filigran. Wichtig ist nun die enge Abstimmung mit dem Kunden, damit die Form exakt seinem Wunsch und Bedarf entspricht und später perfekt auf seine Produktionsanlagen passt. Dann beginnt der eigentliche Produktionsprozess. Das Fräsen der Stempel. Hochwertige Werkzeuge für die Formenherstellung. Absolute Präzision ist hier entscheidend. Egal ob für eine fantasievolle Hohlfigur, edle Tafeln oder Pralinen. Jeder Arbeitsschritt geschieht mit höchster Perfektion und Sorgfalt. Nun folgt der Versand des Einzelmusters zur Freigabe an den Kunden. Nächster Schritt ist die 3D-Konstruktion. Wichtige Aspekte dabei, das Verformungs- und Fließverhalten des Materials. Und die Umsetzbarkeit und Gängigkeit der Form auf der Anlage des Kunden. Abschließend wird die Musterform von unseren Experten nochmals umfassend überprüft. Design, Gewicht, Oberflächen, Entformungseigenschaften und so weiter. Alles muss exakt stimmen. Dann wird die Form produziert. Mit neuester Technologie und Spezialwerkzeugen. Je nach Anforderung und Formentyp erfolgt die Produktion im Spritzgussverfahren, primär bei großformatigen Industrieformen. Oder mit einer Thermopresse. Vor allem bei Hohlkörperfiguren und One-Shot-Formen. Mit unserem Produktionsverfahren Spritzgießen und Thermopressen stellen wir Formen für alle Anforderungen und für alle Kundengrößen her. Sowohl der Konditor als auch die Schokoladenindustrie finden bei uns immer die passende Lösung. Auf jeder Produktionsstufe gelten maximale Qualitätsstandards. Alle Brunner Formen bestehen aus lebensmittelechten, extrem hochwertigen und widerstandsfähigen Spezialkunststoffen und werden möglichst nachhaltig hergestellt. Vor allem sind wir bei Brunner bekannt für Schokoladenformen in höchster Qualität. Unser Sortiment ist allerdings noch viel breiter. Dazu gehören auch Ausschlagplatten, Transportformen, Kaltstempeleinheiten sowie Formen für die Jelly-Produktion. Mehr als 25.000 unterschiedliche Formen hat Brunner bereits entwickelt. Daraus ergibt sich eine immense Erfahrung und herausragendes Know-how. Zu unseren besonderen Stärken gehört auf jeden Fall die Artikel-Entwicklung. Hier werden unsere Kunden immer wieder mit kreativen Innovationen überrascht. Ein Beispiel dafür ist die Kontrast-Satinierung. Diese ermöglicht es, auf der gesamten Schokoladenoberfläche neue Strukturen und Designs zu verwirklichen. Seine Innovationskraft zeigt Brunner auch unternehmerisch. Mit einem eigenen Standort in Brasilien. Mit einer eigenen Produktentwicklung und Fertigung steht Brunner do Brasil für Kunden aus Südamerika zur Verfügung. Schokoladenformen von Brunner überzeugen Kunden auf der ganzen Welt. Brunner – erstklassige Schokoladenformen für ihren Erfolg. Brunner – erstklassige Schokoladen zu her. Brunner – erstklassige Schokoladen in Brasilien. Brunner – erstklassige Schokoladen-